Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sephorestus Propestus Domestus und heute heißt es weiter exploren am ersten Mal. Hast du eigentlich schon gespeichert? Ich habe gespeichert, ja. Schlafen können wir auch, ne? Vielleicht könnten wir uns Ausdauer da auffüllen. Ob du willst, weil ich habe echt, ich bin ganz unten fast mit der Ausdauer. Meine Ausdauer ist voll. Was? Alter, ich verstehe es nicht. Bei mir ist die ganz unten jetzt. Also ich habe, glaube ich, jetzt drei Snacks oder so gegessen. Achso, ja gut, ich hatte keine Snacks dabei. Hä, waren das so wenige Knochen? Toll, der liegt nicht im Feuer. Na toll. Ja, ein Knochen bräuchte ich noch. Warte, wie viel Rüstung hast denn du? Hälfte. Ja, ich habe weniger. Kann ich da noch ein Knochen haben? Ja, ich, ja. Klar, warte. Ja, cool. Danke. Weil dann könnte ich vielleicht auch ungefähr wieder auf die Hälfte kommen. Hier ist aber gedacht, das sind mehr Knochen. Ne, ein Drittel, ne egal. Wurscht. Warte, wie viel Kleidung habe ich denn 41? Mache ich mir dann eine Fac... Kann man denn da irgendwie bessere Fackeln bauen? Das wäre geil, ne? Irgendwie so mit Harz einspielen oder so, dass die länger brennen oder so? Toll, jetzt habe ich den Totenschiller auch mitgenommen. Toll, jetzt habe ich den Totenschiller auch mitgenommen. Mach ich das jetzt oder nicht? Das hat aber eigentlich keinen Sinn, oder? Die Fackel, weil die jetzt schon leer wird. Ne, ich habe die jetzt auch mal. Die nehme ich nur, wenn mir kalt ist, weißt du? Sollen wir jetzt runtersteigen? Schon. Ja, warte, ich tue mir trotzdem schon eine Kraften, dass ich dann schnell eine zur Hand habe. Naja, das ist ne gute Idee. Oh, du brauchst ja noch einmal. Warte, wenn ich dann bei diesen... Achso, ich kann dann wahrscheinlich... Achso, ne, okay. Kann an der Fackel dann nochmal Zähne oder so dranhauen, aber naja. Ne, das bringt nichts. Ne, ich habe eigentlich gerade versucht, irgendwas nochmal dran... Ne, funktioniert leider nicht. Weil ich überlege gerade echt, einmal ein Bein zu essen. Ne, aber ich mag das Spiel echt ohne Kannibalismus schaffen. Ganz ehrlich, weil ich habe echt wieder Hunger, komplett unten. Wir müssen unbedingt noch ein paar Snacks finden oder so. Geht los, oder? Ja. Ich warte kurz. Ne, einfach mit einer Hand runtergehen, ist klar. Ach du Scheiße. Alter, das kann doch nicht sein. Das ging doch nicht so weit runter. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein, Mann. Ach du Scheiße. Ich habe voll Angst, Mann, dass wir voll mitten in den... Mitten in den Leuten. Ich höre schon, wie du bist. Weil der andere Seil, der war ja auch nicht gerade perfekt. Wenn wir da runtergegangen wären, wären wir voll in den Leuten. Was ist das? Ich habe voll Schiss gerade. Alter, wie weit geht denn das runter, Mann? Ach so, ich bin das, der so schnauft. Ja. Ach, beim Seil runtergehen. Verreckt, Alter, fast. Alter, hier ist Wasser und so. Hä, was ist das? Ah, das sieht geil aus. Schau mal diese Effekte an da. Ja, das sieht richtig geil aus. Da liegt ein Stick, kann man immer gebrauchen. Ah, da kann man sich irgendwas anschauen. Ein Kreuz. Ein... Jesus, so gut. Ja, ein Kreuz. Okay, ganz vorsichtig. Also wenn ich jetzt kämpfen muss, dann musst du alles erlegen, weil ein Schlag, dann ist meine Ausdauer. Wobei, Alter, wie geil, sieht das? Ach, das ist Wasser. Ach so. Ich glaube, jetzt könnte man vielleicht so eine Wasserflasche gebrauchen, kann das sein? Ja, aber ich weiß nicht, wie man die einsetzt. Ich guck mal. Was bleibt mal hier? Warte. Wie kann man nicht? Can be used to riffle... Riffle... Was? Keine Ahnung. Siegst du irgendwas? Unter Wasser? Kann man eine Leuchtfackel unter Wasser schmeißen, dass die dann... Theoretisch. Ja, es ist das Problem, weil ich sehe halt unter Wasser... Obwohl, da ist Licht. Was ist das? Ja, man kann da durch. Ich habe gerade eine Flair geschmissen, mehr nicht. Hallo? Wo hast du eine Flair geschmissen? Ins Wasser. Ach so, darum. Das, was da so leuchtet, ist meine Flair. Ach so, jetzt... Hä, das ist so ein hellblauer Schädel irgendwie. Ja, nein, das nimm das einfach gar nicht. Aber ich weiß nicht, soll ich da jetzt durchschwimmen? Ja, aber ich bin fast... Kommst du mit? Warte, ja, ich muss aber erstmal nochmal Luft holen. Okay. Drei. Oh scheiße, ich friehe. Echt? Ja, okay. Zwei, eins. Aber komm. Scheiße, ich wusste Eingang, ich finde ihn nicht da. Ich höre nicht, Alter. Komm, geh durch. Scheiße. 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 Ich sehe nichts. Ich sauge nicht. Ich sehe nichts. Ich sauge nicht. Ich sauge nicht. Ich sauge nicht. Ja, bei mir auch. Scheiße, ich sehe gar nichts mehr. Es ist alles dunkel. Und ich erfriere ja noch. Alter. Ich... Ich fülle mal zu diesen hellblauen Dingern. Ja, ich auch gerade in Richtung. Oh, ist es gerade voll hell geworden? Ähm, boah, Alter. Jetzt friehe ich auch. Jetzt wäre nochmal... Kann man da rechts irgendwie ans... Nein. Hörst du's? Ja. Ich versuche nicht da rechts hoch. Ja, ich bin oben. Ich brauche unbedingt eine Fackel. Oh Gott. Das sind Babys. Ja, das habe ich ja gemeint. Hörst du's? Das lebt noch. Ich muss eine Fackel bauen. Äh, ich brauche eine Fackel. Das ist voll eklig, Alter. Ja, das ist wirklich. Das... Siehst du, da ist jetzt so eine, äh, so eine Luftpandis, das 6 ist? Ja. Du hast auch eine aufgenommen? Ja. Ja, jetzt habe ich drei, Mann. Ich weiß noch nicht, wie man den rutscht. Keine Ahnung. Ja, hier ist nur mal Sticks. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Ah, das muss man aufmachen vielleicht. Nichts drin natürlich. Ne. Ah, Medikament ist sehr gut. Echt, das ist geil. Ich bräuchte aber eher etwas zum Futtern, Mann. Ich bin echt... Warte, 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 was kann ich denn? Ach, ich kann Snacks leider nicht ihm fallen lassen, weil ich hab 15 Stück dabei. Ist das klares Wasser? Kann man das trinken? Ich probier das jetzt mal. Scheiße, jetzt bin ich ins Wasser mit der Fackel. Ich bin so blöd. Aber das kann ich nicht trinken. Was? Wir könnten doch jetzt ein Lagerfeuer machen und aufkochen, oder? Wahrscheinlich? Ja, ich weiß schon, aber... Geht das? Ja, aber ich dachte mir vielleicht, weil das eben Bergwasser ist, dass man das direkt trinken kann, aber... Das geht, das geht glaube ich nicht mit dem Topf. Das geht hier grad gar nicht. Außer wenn der Topf voll ist, dann geht's nicht. Ja, wir haben noch einen vollen Topf. Ich hab'n vollen Topf, normal. Ich auch, ja, aber ich wollte ausprobieren, ob's überhaupt geht. Aber ich kann so auch nicht... Oh, ich kann nicht nur so trinken. Warte, ich nehme mal meine Wasserflasche her. Müssen wir nicht extra ein Lagerfeuer machen. Alter, der Wasserfall ist so laut, Mann. Ja, genau, Wasserflasche, stimmt. Ah, ich sehe grad in den Tatsachen, das ist ein Bild, was man vorhin gefunden hat, das können wir als Dekoration hernehmen. Dem See und dem Bäume, ja. Timmy Drawings. Ach, jetzt Tatsache. Timmy, Timmy Drawings, ja. Timmys Träume, ja. Tatsache. Ähm. Ja, super. Nämlich. Ich brauch' was zum Essen, sonst bin ich voll am Arsch. Na gut. Kommen wir eigentlich weiter, ne, oder? Jetzt vorbei. Wie kann man da weiter schwimmen? Ich hab' keine Ahnung. Ich schwimm' einfach mal weiter. Oh, nicht eintauchen. Ähm, nach links oder nach rechts? Ich komme schon zu dir. Ich würde nach rechts schwimmen. Ja. Oh. Boah. Boah. Einer taugt manchmal schon alleine so wieder ein. Das wär's nur ne Kopftaschenlampe irgendwie ganz praktisch. Oh Gott, oh Gott, nein. Oh Gott, wo sind wir hier schon wieder? Keine Ahnung. Ähm. Zum Glück seh' ich reng' gar nichts. Ah, da kann man wieder hoch. Oh, okay, okay. Mach' nicht so wieder. Mach' nicht so wieder. Mach' nicht so wieder. in die Richtung, da. Das funktioniert ganz gut. Can be used to refill reprieve. Jetzt bräuchte man eigentlich noch irgendwie so ne. So ne Flairgarn, ja. Ich brauch' wieder. Äh, nicht ne Flairgarn, sondern so ne Atemding. Alter, warte, ich tu' mal schnell meine Fackel. Mach' du schon? Achso, okay. Dann, sparen wir uns das lieber auf. Oh, wo sind wir hier? Alter, hier ist ne Tür. Was ist ne Tür? Der hat er vor uns. Alter, überall Knochen. Äh, da kann man mal irgendwas niederlegen. Ah, wenn man da irgendwas reinlegt, dann. Alter, voll die Knochenkugel. Was kann man da reinlegen? Was ist so gut? Äh, ich hab' da grad meine Waffe reingelegt. Ich hab's da aber wieder genommen. Ne, deine Waffe liegt bei mir immer noch da. Ja, bei mir auch, aber... Warte, ich hab' keine Bock, meine Waffe... Warte, ich hab' meinen Holzsperr her. Kann ich denn nochmal drauf? Ja. Ach so. Umso mehr du da drauflegst, umso... Reicht das schon? Da komm' noch nicht durch. Hä, ich bescheiß' grad. Ich tu meine Waffe immer wieder nehmen und drauf tun. So. Alter, das ist jetzt irgendwie grad... Cool. Ach so. Ich hör' doch, das geht zu. Alter, du hast grad bei mir voll geheilt. Also deine echte Stimme und das hat jetzt voll gepasst. Äh... Die sind tot, ja, okay. Die... Alter, wie sieht'n das? Äh, das sind jetzt Bücher? Wie sieht die anders aus? Haben dir irgendwas angebeten? Äh... Aber wie, ne? So im letzten... Hä? Wieso bleiben die so stehen, Alter? WTF? Vielleicht waren das ja mal gute Leute. Alter, ich kann mir dann ne Geschichte voll gut vorstellen. Wieso da so Kannibalen und so gibt's, ne? Wie das dazu gekommen ist. Eine Geschichte wäre voll geil. Äh... Alter, wieso... Aufpassen. Alter, wie die da sterben? Guck ich's dir die mal an. Aber ich bin ehrlich, ein bisschen, also... Bisschen enttäuscht bin ich schon von der... Also, die Hülle ist mega geil und so, aber ich hätt' gedacht, da gibt's mehr Sachen. Vor allem bessere Sachen, so... Was man kaum findet in der normalen Welt. Hier ist ein Kisten. Was denn da... Hey, was ist das? Ach, Mensch. Old Gun! Alter, ich hab Munition gefunden. Jawohl, trinken! Ohne Ende, Mann! Hier ist noch was geschichtliches. Sticks. Alter, da waren ja heftige Dosen-Dinger. Ich hab hier Pistolen-Munition gefunden. Ach, so geil, alter. Was ist das hier? Doder, oh ja. Ja, das hab' ich gemeint. Flares. Oh, scheiße, ich kann keine Flares mehr aufnehmen. Kann die öffnen? Also, manche Dinger kann's einfach nicht öffnen, ne? Ja, was sind diese beschissenen Flares? Ah, da. Equip. Boah, geil, da ist ein Lagerfeuer, das könnte man direkt anzünden, man. Ist ja Hammer, ohne was Zeug zu verbrauchen. Kann man die Flares eigentlich auch in die Hand nehmen? Alter, ich hab ne Axt gefunden. Nicht dein Ernst, wie geile Scheiße. Also ne richtige Axt, Mann. Hast du die auch, da hinten an der Wand lehnen? Ja. Geil. Boah, die Axt. Damage. Ah, mit der kann man gut blocken, aber die ist irgendwie langsamer. Ja. Hast du das Lagerfeuer? Aber die ist schneller, damit kann man wahrscheinlich... Ja, ich hab das Lagerfeuer. Damit kann man wahrscheinlich besser Holz fällen. Wahrscheinlich. Ich hab das ja gedacht. Das sind Betten, oder was ist da, oder? Keine Ahnung. Ah, ne, da war nochmal ne Frage. Kann man so ne Flares eigentlich auch einfach in die Hand nehmen? Ja. Ja, und das bringt fast nix. Da musst du werfen, weil sonst... Weil irgendwie kann ich die nicht anzünden, wenn die in meiner Hand ist. Ne, du musst sie einfach, da kannst du direkt werfen und dann leuchtet sie. Guck. Zack, werfen und dann leuchtet die Kacke. Ne, hab ich jetzt gerne in die Hand genommen, so ein bisschen besser gewesen. So, ne, also durchwerfen hier. So, ich mach mir hier ein bisschen Licht. Kann ich hier das irgendwie aufmachen? Nein, natürlich nicht. Schade, dass man den Betten hier nicht speichern und schlafen kann. Das ist voll traurig eigentlich. Findest du nicht? Schade, dass man die Zelle nicht aufmachen kann. Wieso, die sind doch offen. Kommen wir nicht in die Zelle rein? Ja, von hinten. Hier guck, die sind intelligent gewesen und haben den Eingang von hinten gemacht. Ja gut, das eine ist zu okay. Das eine ist zu, ja. Aber die anderen zwei sind offen. Alter, das sind voll viele Flares, man. Okay, ich schau mal weiter. Hier sage ich, dass so viele Wasserflaschen haben irgendwie. All die ganzen Flares sind sofort ausgegangen. Das kann es doch nicht sein, oder? Oh Mann. Aber, ach so, da geht es noch mal weiter, ne? Mhm, mhm. Wo geht es weiter? Oder? Wo ist es denn mal hergekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Wo bist du denn? Nee, doch. Da geht es noch mal weiter, oder? Ins Wasser rein? Ja, ich schaue gerade eben Flares ein, weil, aber irgendwie wollen die nicht. Da ist irgendwie, oh, ich sehe nichts. Ähm, nee, ich glaube hier ist Ende, Ende Geschichte. Nee, ich sehe doch noch mal Licht. Ja, ich auch. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube irgendwie, dass das unser Feuer ist. Warte mal kurz. Doch, da geht es weiter. Also auch in diese Richtung. Kommst du mit? Ja. Hey, habe ich mich jetzt noch getäuscht? Hey, ich bin doch nicht bescheuert, man. Bist du durch, oder wie? Hm, nee. Alter. Weil man halt einfach nix sieht. Das ist echt schwer. Der Inventar. Leer. Wir bräuchten halt echtes Atemgerät, dann würden uns die Dinger auch was bringen. Ja, aber irgendwie muss man das doch benutzen können, weil ich muss nochmal ins Feuer, weil ich friere schon wieder. Ich muss mal was essen. Ja, ich müsste auch was essen, aber natürlich kann ich nicht, weil ich nix dabei habe. Warte, das muss doch irgendwie. Can be used to riffle. Vielleicht musst du im Wasser? Ich weiß es nicht. Das ist echt komisch. Ja, ich habe hier nochmal eins. Was, wenn ich jetzt... Und dann Inventar. Ach, da kann man das Inventar nicht öffnen. Das kannst du nicht sehen. Ja, wenn man auf der rechten Maustaste drauf bleibt, dann fügt er automatisch was dazu. Ja. Gut zu wissen. Ja. Gott sagt, die Flair bleibt auch nicht lange an unter Wasser, ne? Aber letztes Mal... Ja, irgendwie schmeißt man eine rein, damit ich ungefähr gucken kann. Kann es sein, dass die extrem schnell abtaucht, irgendwie? Und da ist irgendwie ziemlich tiefer sowieso? Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, sehe ich grad voll die... Oh ne, die ist grad... Alter, ich ertrink grad. Ich habe grad überhaupt nicht drauf geachtet. Holy shit. Das kann es doch nicht sein, Alter. Was ist das da unten? Ich war mir vorher sicher, dass ich wo gesehen habe, wo es... Au! Ja. Ich weiß, wo es hingeht. Aber da kommen wir nicht hin. Warum? Weil wir... Da brauchen wir echtes Atemgerät jetzt. Weil ich seh da unten... Da fliegen ganzen Flares auch rein. Da ist so ne... Nochmal ne Höhle, aber unter Wasser, da kann man nur mit tauchen hin. Ja, ich weiß halt jetzt nicht... Ob man jetzt da wirklich durchkommen ohne Sauerflaschen. Ja, ich hab's doch vier Stück von denen, aber ich weiß nicht, wie man die benutzt. Ja, ja, da steht der. Can be used to fill Reprise. Also wir brauchen den Reprise. Ach so. Und das haben wir leider noch nicht gefunden. Schade. Und hier würden dann auch so viele rumliegen, also die... Ja, so. Aber ist das echt so tief, weil ich... Ja, komm mal mit. Ach so, jetzt sieht man das nicht mehr, weil die Flare wieder aus ist. Aber wenn man eine Flare reinwirft, da sieht man richtig, wie tief das da runter geht. Ach ja, Tatsache. Ach und da hinten geht's weiter, oder wie? Nee. Nee. Aber ich muss wieder nach oben. Oh, shit, 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 shit. Alter ist richtig tief hier, Mann. Ich dachte, so eine kleine Pfütze, Alter. Oh, aber... Da kommen wir echt oder echt jetzt nicht weiter. Nee, ich glaub, das ist echt vorbei jetzt. Schade. Wir könnten das aber uns jetzt merken und wenn wir es irgendwann mal wieder finden sollten. Hier ist ein, äh, Dinger. Mhm. Sauerstoff. Ja. Maske, was weiß ich, was man da braucht. Ja, ich wäre... Dann wäre ich jetzt dafür. Okay, eine Höhle haben wir geschafft. Eigentlich nicht mehr ans Feuer, Mann. Der Friede zu untersucht. Ja, ich bin auch ganz im Wasser. Dann, ähm... Die Folge ist eh schon wieder fast vorbei. Ja. Kurz mal nach. So. Dann würde ich sagen, zurück an die Seile, hoch, wieder ans Lager und Ende. Oder? Also jetzt schon Ende und dann nächste Folge ans Lager, an unser Hauptlager. Ja, wir können uns mal wieder ein bisschen auffrischen, vielleicht lieber ein paar Sticks mitnehmen oder so. Äh... Snacks, nicht Sticks. Und dann, ähm, auf der Oberwelt ein bisschen entlanglaufen. Ja, weil wir haben jetzt gerade rausgefunden, weil der Schlitz und das Abseil, ja, dieselbe Höhle mal. Ja, genau. Genau dann. Ja. Ähm, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und... Ja, hoffe euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.